Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum PHP programmieren. Heute geht es weiter mit den Alternativen zur IF Abfrage, nämlich dem Switch Statement. Switch ist im Prinzip, hat genau dieselbe Funktionalität wie IF, nur ist es ein bisschen übersichtlicher und dadurch ein bisschen praktischer. Deswegen, also IF durchaus noch super verwendbar, keine Sorge, ich benutze eigentlich IF mehr als Switch, aber Switch ist Geschmackssache und deswegen, ich möchte euch nichts vorenthalten. Ich möchte euch einfach alles zeigen und ihr dürft dann auswählen, was ihr benutzt. Ihr seid sozusagen frei dann. Okay, Syntax ist Switch, dann haben wir hier auch wieder diese komischen Klammern und dann diese geschweiften Klammern. Okay, und hier rein kommt jetzt zum Beispiel eine Zahl oder irgendwas anderes, über das ihr switchen wollt. Also sowas wie, ja machen wir doch einfach mal hier oben den Testtext rein, der funktioniert nämlich super. In PHP kann man auch über Strings switchen. Okay, der Testtext. Und jetzt müssen wir uns sozusagen darum kümmern, was kann dieser Switch, äh, was kann dieser Switch-Text hier, also unser Testtext in dem Fall, alles für Werte annehmen. Sagen wir mal, im ersten Fall ist er, äh, hello. Dann wollen wir irgendwas machen. Warum gehen wir nicht einfach anders durch? Was ist dein Lieblingsessen? Der User hat irgendwas eingegeben. Ähm, zum Beispiel Muscheln. So, und jetzt sagen wir hier, okay, K's Lieblingsessen, äh, Spaghetti. Spa- Spaghetti. So, wenn ich jetzt noch tippen könnte, wäre es echt super. Okay, ähm, und dann, keine Ahnung, machen wir irgendwas, hier können auch wieder mehrere Statements stehen, keine Sorge. Aber in dem Fall sagen wir jetzt einfach mal, dein Lieblingsessen ist, also, äh, sind, also in dem Fall, Spaghetti. Und, ähm, hier könnt ihr natürlich auch wieder mit String-Concatenation arbeiten, hier das hier einfach eingeben. Aber in dem Fall ist ja klar, dass es Spaghetti sind. Ähm, es ist nur ein Beispiel, wie Switch-Case funktioniert. Es wäre sowieso praktischer, wenn man hier einfach sagen würde, dein Lieblingsessen sind, also, oder ist, also, und dann den Punkt und, äh, zum Beispiel, das, was hier in Testtext drin steht, einfach einfügen. Aber, so lernen wir, wie das Ganze funktioniert. Ähm, und das ist eigentlich das Wichtigste. So, jetzt kommt was Komisches. Und zwar, hier unten muss man noch ein, sagen wir mal, ich beende meinen aktuellen Case. Und das mache ich mit Break. Das ist sozusagen das Schlüsselwort dafür. Okay, nächster Case, der sollte nicht eingerückt sein. Nächster Case ist Muscheln. Ich mache nur zwei Cases, ihr könnt aber beliebig viele Cases machen, ähm, und euch dann entscheiden, was ihr so gerne haben wollt. Also, ja, wirklich unendlich viele sind da möglich. Ihr müsst halt nur irgendwie tippen und das ist dann, irgendwann wird es aufwendig. Okay. Ähm, dein Lieblingsessen sind also Muscheln. So. Und jetzt packen wir hier unten noch einen letzten Fall rein und das ist der Default-Fall. Und hier sagen wir, ähm, Invalid, zum Beispiel. Oder, dein Lieblingsessen ist irgendwas anderes. Das machen wir doch gerade mal. Dein Lieblingsessen ist irgendwas anderes. Okay. So. Und hier brauchen wir jetzt kein Break mehr, aber dafür, ups, aber dafür dieses, äh, kleine Teilchen hier unten, nämlich diese geschweifte Klammer zu, dass wir quasi sagen, wir sind jetzt mit dem Switch-Statement durch. So, was jetzt hier passiert, ist folgendes. Wir setzen den Wert hier ein und dann schauen wir, ist es der hier, also, im Prinzip könnt ihr dasselbe mit if machen. If Test Text gleich gleich Spaghetti. If Test Text gleich gleich Muscheln. Dann das hier. Else das hier. Okay. Also, so könnt ihr das Ganze umwandeln. Würde ich euch mal als Übung empfehlen, das hier umzuwandeln. Ähm, aber warum brauchen wir jetzt diese Break-Dinger? Wir schauen uns mal kurz an, was jetzt gerade passiert ist. Erstmal speichern und dann aktualisieren. Dein Lieblingsessen sind also Muscheln. Mehr nicht. So. Jetzt schauen wir uns mal kurz an, was passiert, wenn ich meinen Break hier rauslasse. Und speichern natürlich. Okay. Und jetzt habe ich hier, dein Lieblingsessen sind also Muscheln. Und dann geht es direkt weiter mit, dein Lieblingsessen ist irgendwas anderes. Das ist ja total bescheuert. Warum macht denn der das? Naja, wir haben hier nicht nur, so wie bei if, die Sachen werden einmal ausgeführt, sondern es können auch mehrere Sachen ausgeführt werden. Und Default wird ja immer ausgeführt. Das heißt, wir fallen sozusagen durch. Also, wenn ich jetzt hier meinen Break raus mache, dann wird bei Spaghetti der oberste Text ausgegeben, dann der nächste Text und dann noch der Default Text. Also, sozusagen alle. Warum ist das so? Das ist so, weil es manchmal Sinn macht. Zum Beispiel möchte man, also es wird dann einfach immer bis zum nächsten Break ausgeführt, wenn ich jetzt hier einen Break rein mache. Dann wird bei Spaghetti der Text hier ausgegeben und dieser Text und dann durch das Break hier wird dann eben ans Ende gesprungen. Ja, das macht Sinn, zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen möchte, welche Monate haben 30 Tage. Das wäre mal ein Beispiel dafür. Und dann brauche ich ja nicht jeden Tag extra aufzählen, sondern ich kann einfach schreiben, Case April und dann Juni und dann wieder September und so weiter. Da kann ich einfach Case schreiben und dann Echo, diese Tage haben, äh, diese Monate haben, oder der Monat hat 30 Tage und dann Break und dann wieder neuer Case mit 31 Tagen und dann am Schluss noch ein Default Case für irgendwas anderes wie zum Beispiel Februar. Ja, und deswegen spare ich mir dadurch Aufwand und das macht das Ganze so ein bisschen schneller. Deswegen sind Switch Case Statements ein bisschen praktischer in manchen Fällen als die If-Bedingungen, weil da müsste ich jetzt jeden Monat einzeln abfangen und jedes Mal extra dieses Ding ausgeben. Okay, aber im Prinzip ist es nur eine Alternative zu If, ähm, die, wie gesagt, manchmal schneller geht, manchmal auch nicht. Aber ihr seid hier durch dieses Break halt ein bisschen schneller. Warum ich euch das jetzt schon zeige, ähm, weil nächstes Mal geht's mit Schleifen los und, ja, wenn wir die Schleifen uns angeguckt haben, werden wir wieder auf dieses Break hier stoßen. Und, ähm, ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen für heute und wir hören uns zum nächsten Mal, wenn es um die While oder die Vorschleife geht, mal schauen. Okay, bis dann. Ciao.